Honigbirnen sind klein, leuchten rot-gelb und der Saft tropft vom Kinn, wenn man hineinbeißt. Und wenn man trifft, machen sie so schön flatsch. Flatsch machte eine Birne am Kopf des schwarzen Mülleimers. Der schwarze Mülleimer schüttelte sich und sah verdutzt zu Bett die Kettenhemd. Getroffen, jubelte das wilde Kind. Sie stand unter einem einsamen Birnenbaum am Feldwege, stand auf einem Teppich reifer und überreifer Birnen, mitten im betörenden Birnenduft und im Gesumm der Wespen. Sie machte ein verwegenes, vergnügt gefährliches Gesicht. Der Hund versuchte mit der Pfote den Birnenmatsch von der Stirn zu wischen. Dann fraß er den Matsch auf. Flatsch machte eine Birne an einem Stein unmittelbar neben Tektek. Klebrige Spritzer besprenkelten ihr feines Gefieder. Tektek fand trotz munteren Schnabels vor Empörung keine Worte. Eine Lehrerin mit sommerheißen Honigbirnen zu beschießen, das ging über jedes Maß. Sie flatterte ins Feld, versteckte sich und unterschätzte dabei Betty Kettenhemds Wurfkraft. Flatsch! zerplatzte eine Birne vor ihren Füßen. Und nun war sie auch von unten bespritzt. Sie zog sich weiter zurück, um sich nach aller Kunst zu verstecken und um sich nach aller Kunst zu putzen. Zum Glück konnte niemand hören, was für einen unverantwortlichen Spruch sie dabei teckerte. Tektektatsch! Für diesen Quatsch! Für den Birnenflatsch bekommt sie als Note ein Ausgezeichnet, dank hoher Trefferquote. Tektektärlich! Das Mädchen ist herrlich! Der schwarze Mülleimer hatte es nicht so eilig, sich in Sicherheit zu bringen. Er bekam drei Volltreffer und zwei Streifschüsse ab und fraß sie alle fünf auf. Dann war er satt und versteckte sich wie die Lehrerin außerhalb der Schussweite. Betty Kettenhemd aß in aller Seelenruhe drei Birnen, denn das gibt Kraft zum Werfen. Betty Kettenhemds Augen waren inzwischen so scharf, dass sie ein winziges Wölkchen Graspollen aufsteigen sah. Flatsch! machte es. Und ein Fauchen folgte, und ein gekränkter Kater hinkte hervor, sah ängstlich zum Himmel und verschwand. Ein Traktor mit gewaltigen Hinterreifen lärmte heran. Betty Kettenhemd tauchte ins Feld. Einsam stand der Birnbaum in der Landschaft. Es schien, als hätte er den ganzen Tag nur Wespen bewirtet. Der Traktor fuhr arglos dahin. Flatsch! klatschte es gegen die Scheibe des Traktors. Dummbarsch fuhr lachend weiter und winkte ins Ungefähre. Drei Tage blieb Betty Kettenhemds Birnengruß vor Dummbarschs Augen an der Scheibe. Und erst ein starker Regen durfte es wagen, den Gruß wegzuwaschen. Betty Kettenhemd sammelte die Taschen voll Birnen für den fünften Busch und für den dicken Mann am Zaun. Zum Schenken und zum Werfen. Dann sah sie sich noch einmal gründlich nach einem lohnenden Ziele um. Und sie fand ein Ziel. Eine kleine Honigbirne surrte davon. Sie war scharf geschossen und genau gezielt. Aus der Sicht des Zieles wurde die kleine Birne im Heranfliegen größer und größer, etwa so groß wie ein heranrasender gelbroter Komet. Denn das Ziel war nichts anderes als die Linse eines sehr stark vergrößernden Fernrohres. Flatsch! Und große... Vielen Dank! está die Linse, dua... zumindest, derère свидetelung. Aber haltest die Linse, Hey, Vielen Dank. Vielen Dank.